Woran denkst du, wenn du Motoröl hörst? Dann bist du hier genau richtig. Wir lieben Motoren. Und sie lieben uns. Denn wir geben ihnen das beste Öl. Wir sind Ravenol. Aber lass uns von vorne anfangen. Ravenol stammt aus Werther. Das ist eine kleine Stadt. Oder eher ein großes Dorf und sehr, sehr deutsch. Deswegen sind unsere Produkte made in Germany. Entwickelt in Deutschland, produziert in Deutschland, abgefüllt in Deutschland. Nein, nicht so. So, das machen wir nicht nur in Werther, sondern auch an der Ostsee. Unsere Produkte werden weltweit genutzt. Und so klingt Ravenol in verschiedenen Sprachen. Und nein, Ravenol hat nichts mit Raben zu tun. Oder mit Raves. Früher haben wir unsere Schmierstoffe so präsentiert. Heute präsentieren wir sie so. Doch die echten Menschen, die dahinter stecken, sehen so aus. Normale, hochmotivierte und talentierte MitarbeiterInnen. Und sie lieben es, hier zu arbeiten. Vielleicht, weil es hier so schön ist. Aber natürlich auch, weil wir eine deutsche Firma sind. Uns ist Sicherheit, Gesundheit und, ob du es glaubst oder nicht, Nachhaltigkeit sehr wichtig. Das wird doch unsere Zertifikate bewiesen. Was auch immer das heißen soll. Aber wir geben uns Mühe. Und schau dir unsere WissenschaftlerInnen an. Die besten Schmierstoffe brauchen nämlich die beste Forschung. Hochmolekulare Polymere, wie PMMA und Ethylen-Propylen-Copolymer, werden Niedrigfiskos im Grundöl zugesetzt, um Mehrwert. Auch wenn du nicht alles verstanden hast. Unsere Öle sind einfach top. Und wir sind stolz auf sie. Wir haben eine große Auswahl für jede Art von Fahrzeugen. Manche Fahrzeuge schätzen uns sogar so sehr, dass wir zu Partnern wurden. Wie du merkst, ist Ravenol ein großartiges Unternehmen. Es ist unser Unternehmen. Mit vielen unterschiedlichen Menschen, die an das glauben, was sie tun. Der kann nicht mehr. Der hat nur 80 Bässe.